Recht herzlich willkommen zur 25. Folge von Oxygen Not Included. Ja, der Pufflet ist hier, zieht gerade Luft rein, wie wir gesehen haben. Ja, und wir haben definitiv immer noch das Essensproblem, was unser größtes Problem eigentlich ist. Warte mal, hier ist aber 81, 81, okay, das geht eigentlich, da sind wir bei 94. Ja, hier unten ist auch was fertig, gut, dann ist ein bisschen Essen da, da müssen wir mal immer noch dran machen. Ja, dann hatten wir unser Dingens, der Mordrak war das, glaube ich, der auch unser Problem hier geschrieben hatte. Mit dem Pumpen irgendwo passt da immer noch was nicht, weil das hier nicht läuft. Hier kommt immer mehr Schmutzwasser, aber das saubere geht noch nicht voran. Das ist jetzt hier richtig, aber es wird nichts gebraucht, ne. Vielleicht, warte mal, wir haben dieses hier schon da verbunden, oder? Aber das ist ein Gegendruck, der sich hier vielleicht aufbaut, kann das sein? Ich würde jetzt mal ganz einfach sagen, wir können ja hier mal, naja, jetzt sind wir hier. Das ist das Rohr, das ist das Wasser, ich will die Pumpe jetzt mal gerade haben. Kann ich denn bitte schön die Pumpe umereinigen? Wieso kann ich jetzt hier die Pumpe nicht anklicken? Ist ausgeschaltet auf jeden Fall schon, ne, okay. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall müsste hier mal geerntet werden. Und das Wasserproblem, ich weiß es nicht. Also das, was ich jetzt nur noch sehe, wäre jetzt, dass das hier irgendwie nicht richtig verbunden ist. Und so verbunden werden muss. Das wäre noch eine Idee. Hier geht Wasser ohne Ende schmutziges rein. Hier findet gerade nichts statt mit, sag schon, Rohr blockiert, ja. Äh, warte mal, wir haben doch hier noch so ein Teil. Sanitär war das hier. Äh, diese, dieser... Automat. Ist das hier beim ersten, der Wasserautomat? Flüssigkeitstank, da ist er doch. Vielleicht sollten wir mal hier so einen Flüssigkeitstank hinbauen. Ich würde den jetzt da hinbauen wollen. Und... Strom braucht der nicht, ne, oder? Ne, Strom braucht er nicht. Weil die nur Zuleitung. Und die haben wir hier. So, Pumpe. So, das ist jetzt... Ausgangsrohr. Das bedeutet... Ne, das machen wir nicht da rein. Eingangsrohr ist da. Das machen wir so. Ausgangsrohr machen wir so. Und dann da hin. Und dann... Müssen wir... Nochmal das... Ding jetzt haben. Und hier... Das ist ein Rohr, was wir zerlegen. Das heißt, das kommt da rein und da geht's raus, oder? Ja, ich hoffe, das ist jetzt so richtig. Und hoffentlich wird da was gebaut. So, kommt da schon was rein? Könnte, aber tut's nicht. Oder sehe ich das falsch? Da ist der Gebäudeeingang. Das heißt, das Wasser kann da rein. Flüssigkeitspumpe ist... Wo ist hier das Problem? Das Rohr da zerlegen. So, das hat geklappt. Manitär... Ohr... Wieder dran. Gucken, ob das geht. Ne, warte mal. Das kann hier wegbleiben. Machen wir schnell einen Abbruch hier. Wir müssen jetzt nochmal... Sanitär haben. Wir wollen da ja Wasser reinpumpen, ne? Obwohl, das Wasser kommt da ja auch rein. Nein, ich weiß es jetzt nicht. Also was, wir probieren's aus. Ganz einfach. Einfach so. Und gucken, was passiert. Achso, die Präge wollte ich gerade da mal erhöhen, um zu sehen, dass das läuft. Da ist irgendeine Forschung zu Ende. Schutzanzugsschmiede, okay. Und Schutzanzugstock und Schutzanzugskontrollstelle. Okay. Äh, brauchen wir jetzt noch nicht. Machen wir aber bald. Und hier ist noch ne Trockenwand, okay. So, jetzt läuft hier unten was. Das bedeutet, das Wasser wird da hingepumpt. Ja, so ist es jetzt das, was wir auch haben wollten, ne? Kann das sein? Und es fließt auch weiter und wir brauchten irgendwie so ne Zwischenstation. Krass. So, das Wasser geht da rein. Das bedeutet auch, dass wir jetzt hier noch ne Brücke brauchen. Ne Rohrbrücke. Gebäude, Gebäude, Eingang, Gebäude, Ausgang. Das bedeutet, wir drehen das Ding einmal. Und dann machen wir das so dahin und so dahin. Und dann sollte das funktionieren eigentlich. Und wir können hier vorne noch dieses Stück zerlegen. Und hoffe, dass das dann funktioniert. Hier wird es hoffentlich auch weniger. Das sieht aber auch ganz danach aus. Die sind da noch toll am aufräumen. So, jetzt nochmal schnell hier sanitär geguckt. Brücke ist schon da. Rohrleitung ist fertig. Ich kann nur auf dem Overlay das Gebäude aktivieren. Okay. So. Da macht einer das an. Hier kann immer noch aufgeräumt werden. Pumpe läuft jetzt und pumpt da auch was rein. Overlay sagt uns, passt. So, das ist jetzt unser bestes System. Wasser läuft überall hin, wo wir es hinhaben wollen. Gut. Also wir brauchten irgendwie so einen Zwischentank. Was ist mit Essen? Essen ist schlecht. Nahrungsmangel ist es noch keiner gestorben. Hier 89, 81, 85. Ja, hier 90. 89, 90. 87, 87. Ja. 84. Vielleicht gibt es eine Welle mit Essen. Aber wir können hier auch noch was einstellen. Und wir hatten ja unser Ding jetzt auch noch mit den Sachschornen. Catalina. Ja, da verbesserte Tragfähigkeit müssen wir machen, um dann Mechatronik-Technik zu machen. Das passt dann. Gut, Wasserproblem gelöst. Essensproblem läuft noch. Äh, und wir hatten, was hatten wir noch? Ach, okay. Wir hatten noch was. Ach so, wir wollten hier oben. Warte mal, die Forschung war zu Ende. Die müssen wir auch fertig machen. Der Anzug ist ja durch. Transportrohr. Plastikleiter. Plastikleiter. Ah, das hört sich doch gut an, die Plastikleiter. Den machen wir doch erstmal. Was ist das andere? Komfortables Bett und Plastikziegel. Okay. Lassen wir erstmal. Soll erstmal gut sein. Hier haben wir keinen Strom mehr. Ja, das ist eine Schwierigkeit jetzt hier, ne? Äh, ist hier das Wasser dann nicht mehr da, dass das funktioniert? Genau, das ist unser Problem. Das geht da nicht durch, oder wie sehe ich das? Das bedeutet, wir müssen da definitiv wieder die Pumpe anschmeißen. Erstmal. Gebäude aktivieren. Gucken, was dann passiert. Wenn da nichts geht, dann ist das klar. Hier habe ich letztens noch gesehen im Video, dass die da rüber krabbeln. Die beiden Stellen können definitiv dann auch weg. Hier ist es, glaube ich, auf jeden Fall weniger geworden, meine ich. Hier unten fehlt es jetzt an Strom. Dreckiges Wasser kommt wieder. Wie sieht es mit Essen aus? Ist noch knapp, aber von mir tut gerade keiner. Hier oben liegen noch Klamotten rum. So, okay. Wir gehen auf die Prioritäten, nicht Fertigkeiten. So, angreifen brauchen wir gerade erstmal keinen, der das macht. Wer vorstellt hier jetzt? Oder kann man das Fenster größer ziehen? Ne, ne? Schade. Optionen. Prioritäten zurücksetzen. Sollten wir vielleicht mal machen. So, Spiel. Lebenserhaltung. Wer kümmert sich um die Lebenserhaltung? Keiner. Umschalten. Gibt es auch niemanden, der das kann. Hier haben wir jemanden, der das kann. Und das gut kann. So. Doktorfähigkeiten. Hier ist jemand, der das gut kann. Aufräumen. So, das haben wir. Kochen. Das sind drei Leute dann. Fast erstmal. Dekorieren. Haben wir da eine Person. Das reicht auch erstmal. Hier unten haben wir jetzt eine Forschung. Und da können wir auf jeden Fall zwei machen. Ja. Hier haben wir eine Bedienung. Können die anderen auch. Brauchen sie aber nicht. Hier sind wir noch mit jemanden, der das... Hier haben wir dann Landwirtschaft. Gut. Priorität-Standard bei der Viehzucht. Haben wir ja noch niemanden, ne? Das wird auf jeden Fall dann zwei sein. Bauen haben wir hier zwei. Da auch. Graben. Haben wir da. Und da. Und da. Versorgung. Haben wir da Versorgung. Zwei. Bubbles macht schon so viel. Machen wir da nur einen. Versorgung. Versorgung. So. So. Da. Frankie hat hier. Aufräumen kriegt Frankie zwei. Hier haben wir Marnie. Hier ist... Tod macht Kochen doppelt. Hier sind eigentlich auch zwei. Aber das machen wir mal mit dem Aufräumen da. Bird hat keinen Skill, den er... richtig gut kann. Dann machen wir mal den Doktor auch mit zwei. So ist das schon okay. Erstmal denke ich. Kann man so lassen. Gut, dann sind wir da erstmal durch. Das haben wir erledigt. Wir haben jetzt 11.000 Sachen zu essen. Das ist schon mal sehr gut. Hier passiert wieder gerade gar nichts, weil kein Strom da ist. Wo kommt der Strom weg? Da. Batterie ist leer. 120. Ja, das ist reichlich hier, ne? Aha, da kommt jemand. Und dann geht's hier auch voran. Ist der voll? Inhalt leer. Hier sieht man in der Anzeige nichts. Also ist da auch nichts drin. Funktioniert aber erstmal auf jeden Fall, ne? So, hier unten können die noch ein bisschen aufräumen. Geht auch gerade einer hin. Was passiert hier nicht? Da fehlt zu wenig Ressourcen. Ah, wir haben ja hier noch was. Gucken wir da mal gerade rein. In der Hoffnung, dass es da Hilfspaket Pip-Ei. Hilfspaket Barbecue. Es gibt keine Kalorien. Achso, 12.000. Verfügt mal mal null. Ich glaube, wir nehmen die Kalorien. Ja. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen mehr Essen, ne? 24.000, das ist schon mal was. Hier fehlt es an Strom. Wir müssen jetzt gucken, dass wir dann auch noch die Stromversorgung kriegen. Die Pumpe läuft jetzt, das Filter hat. Verschmutzte Erde. Dafür haben wir ja den Kompost. Der gerade sauber gemacht wurde. Ja, da sind wir jetzt schon wieder ein Stück weiter. Forschung war abgeschlossen. Juicer. Den haben wir auch irgendwo gebaut, glaube ich. Aber ob der Wasser hat, ist die nächste Frage. Erdgasgeneratoren und sowas. Schutzanzugs-Overlay. Das ist durch. Ja, hier fehlt es einiges. Ach, da ist unser Vogel noch. Der ist jetzt noch das nächste Thema. Der Bronno im Raum, würde ich sagen. Den wir vielleicht hier machen. Oder hier. Hier wäre natürlich auch Platz, ne? Allerdings ist das unser Flutungsbecken. Dann wäre es vielleicht besser, wenn das hier wäre. Äh. Ja, was machen die Bakterien? Die sind hier ganz schlimm, ist klar. Rohr verstopft. Warum unbedingt hier einen Klempner, oder wie ist das? Okay, das kriegen wir aber auch hin. Ich glaube, wir sollten den Pip mal vielleicht hier reinsetzen. Irgendwie so. Ich glaube, wir machen mal hier zu. Und bauen hier weiter. Und setzen den Pip nachher hier rein. Mach mal so und das machen wir da wieder weg. So. Schleuse da hin. Und, ja, warte mal, wir müssen hier definitiv andere Schleusen machen. Weil, da müssen wir ja auch was machen mit dem Dingensach schon. Aber wieso geht das jetzt nicht weg hier? Ich will das nicht, wo er abbrechen wird. Weil, wir müssen hier was lüftungstechnisch noch bauen, ne? Gasabzug, der soll da rein. Und Gasfilter muss da irgendwo auch noch hin. Ich glaube, den machen wir dann da hin, oder? Der braucht ja schmutzige Luft. Ne, der muss hier hin. Und dann müssen wir noch Rohre haben. Ne, nicht sanitär, Lüftung. Gasleitung. Gebäudeeingang ist das. Gebäudeausgang ist das. Aber warte mal. Shit. Das ist bitte weg. Nichts. Das muss verschmutzter Sauerstoff sein, ne? Oder was braucht der da Vieh? Wo ist er? Da oben ist er. Schläf, Wild. Verschmutzter Sauerstoff passt, also. Muss der da rein. Wo ist das jetzt? Hier ist das. Das heißt. Sanitär, Lüftung immer noch. Und das muss da so hin. Gebäudeausgang ist da. Gebäudeausgang bauen wir ganz einfach. Weiß ich noch nicht, wohin. Eigentlich hier unten, ne? Irgendwo hier unten, damit der Sauerstoff dann nach oben zieht, oder? Müssen wir mal hier unten auf Sauerstoff hinkriegen, ne? So, und dann brauchen wir noch eine Pumpe. Die eigentlich Sauerstoff bringen, ne? Und nicht schmutzige Luft. Aber wir machen das jetzt erstmal so. Und gucken, was da raus wird. So. Overlay für Dingens. Fertig. Jetzt Strom. Weil wir ja noch ein paar Kabel legen müssen. Und da unten ist alles gut. Das schließen wir jetzt blöderweise damit an. Was aber nicht so toll ist eigentlich. Die können ja von da durch. Graben. Das weggraben. Hier muss eine Luftschleife hin. Und die ist noch nicht an. Okay. Was macht er da? Sauerstoff holen. Auch interessant. Da wird auf jeden Fall abgebaut. Ich hoffe, das wird mal fertig gebaut dann. Ja, da haben wir jetzt viel zu tun. Aber ich denke mal, das ist jetzt hier unser Ding. Obwohl hier kein Sauerstoff groß sein wird wahrscheinlich. Aber das Schmutzige müssen wir erstmal da hinkriegen. Damit die Tierchen, dass da, das Tierchen dann da reingepackt werden kann. Irgendwie passt es mit der Lüftung nicht. Doch, ist schon fertig. Okay. Okay. Okay, hier kann aufgewischt werden. Zur Zeit. Und das Wasser wird tatsächlich weniger. Das ist schon mal gut. Ja, gut. Da sind wir nachher auch ein Stück weiter. Dann müssen wir hier, wo der da hin soll, irgendwie noch das Tier dann entlassen. Irgendwann mit dem Stationen hier. War das Station? Ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, wo das ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Dieser Tierentlasser oder wie der auch immer heißt. Aber bei Nahrung ist das nicht. Nein, doch tatsächlich. Tieraussetzer. Der muss definitiv hier rein. Und da muss dann dieses Picklet da rein. Pufflet oder wie heißt er? Keine Ahnung. Den müssen wir dann da mal holen und da hinbringen. Der ist ja wie gesagt erst noch klein. Ich gehe davon aus, dadurch, dass das noch ein Baby ist, stand da ja mal, ne? Winziges Baby, wenn der größer wird. Man sieht Tierstoffwechsel minus 90 Prozent. Deswegen ist da noch nicht viel. Deswegen kommt da bestimmt noch kein Schleim, gehe ich davon aus. Also den müssen wir dann da mal unten hinkriegen. Aber wir kriegen das hier schon hin. Da sind wir ja schon schön am Bauen hier, oder? Hoffe ich mal. Das Wasser haben wir schon aufgewischt. Das wird auch weniger. Er filtert ja weiter. Ich glaube, da kommen wir irgendwo hin. Was macht denn der Sauerstoff hier unten? Hier unten wird aber nichts. Der Kohlenstoff filtert mal hier raus, ne? Hier gibt es ein paar Blasen, wo blau ist. Aber bis hier oben ist schlecht, ne? Ja, da müssen wir definitiv noch dran erarbeiten. Wie viele Tonnen Algen haben wir denn nicht mehr so viel? Ja, da müssen wir noch was dran machen. Gut, aber da werden wir dann in der nächsten Folge weiter dran erarbeiten. Nicht in dieser. Wir sind aber auf einem guten Weg, denke ich. Essen ist natürlich nur noch 11.000. So, machen wir das mal da noch hin, ne? Kriegen wir den Schleim da noch, die Algen da noch weg? Ja, und da müssen wir mal gucken, wie weit es wird, ne? Schauen wir mal. Irgendwann werden wir dann hier unser Picklet da auch rein kriegen. Da müssen wir aber erst alles zuführen machen. Diese Leiter, die muss dann da vielleicht auch noch weg. Schauen wir mal. Weiß ich noch nicht. Okay, würde ich aber erst mal sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Jo, falls ihr noch keine Haube habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und ja, sonst Kommentare gerne. Schreibt rein. Der, wie hieß er? Mordrak war das und der Maverick 2010 wahrscheinlich. Die beiden hatten ja schon einen Kommentar dazu geschrieben. Und ja, fände ich gut, wenn da noch weiteres kommt, dass wir darüber sprechen, was wir hier vorhaben und so. Und ja, teilt alles auf allen irgendwelchen Kanälen, wo es dann weiter vorangeht. Okay, dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss! 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 Musik Vielen Dank.